Der Marc in den Ducati-Sandwich Da hat er es wirklich nicht leicht gehabt, oder? Genau. Einer ist immer da. Es ist immer ein Roter da. Der hat durchgezogen einfach. Aber das war schon wirklich nur eine Spur an Verkehrter, wie es dahinter ist. Ja, weil der Marc verschenkt nichts. Der will gewinnen. Und in so einer Position wie da der Lorenzo Arbitat ist, absoluter Glücksgriff. Ja, schau, das war es. Und wirklich immer bis zum Schluss. Und ab da hast du dann wirklich nur mehr gedacht, Gott, das geht. Aber du weißt, wie das Reinen ausgeht, und du gehst trotzdem aufs Oppenheim. Ja, voll. Komplett. Ich habe schon gesagt, wie reist er jedes Mal mit, wenn sie wirklich ganz knapp noch einmal zusammen sind. Unglaublich, ja. Die Ducati-Strecke, auf der wir da sind. Wann ist der Ende in Sicht? Wann ist der Ende in Sicht? Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll.